Wie geht man am besten mit einer Situation um, die schwierig ist? Wo man nicht weiß, wie man das jetzt lösen soll oder wie man damit jetzt umgehen soll. Wie geht man damit um, wenn von außen eine Situation kommt, wo man komplett überfordert ist? Den Weg, den die meisten Menschen nehmen, ist dagegen kämpfen. Jetzt gleich eine Lösung finden wollen, jetzt gleich etwas tun wollen, damit es besser wird oder damit es weggeht oder sich auflöst. Das ist ein schwieriger Weg. Ein besserer Weg wäre ein kräftiges Ja zu dem, was ist. Ich sage Ja zur Situation, ich sage Ja zu dem, was jetzt da ist, ich nehme es an. Und in dem Moment, wo ich es annehme, erkenne ich, was damit gemeint ist. Da ist für mich irgendeine Botschaft drinnen, irgendetwas, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und durch dieses Ja bin ich offen für das, was mir diese Situation jetzt sagen will. Und dem Moment, wo ich das Thema verstanden habe, löst sich die Situation auf. Fast von selber. Fast von selber. Ja, reviewing der Hauptschelusion. basis Vielen Dank.